Gibt es die ewige Liebe oder hat sie ein Verfallsdatum? So viele von uns scheitern und glauben ja trotzdem an die wahre Liebe, mit der wir zusammen glücklich alt werden. Wir glauben tatsächlich, dass wir für immer zusammenbleiben. Für immer einfach so? Da glaub ich jetzt nicht unbedingt dran. Was passiert bei der Partnerwahl? Wie geht das? Wie verliebt man sich? Wie wird aus zwei eins? Fünf Paare. Dass es den einen gibt und dass es diese perfekte Liebe gibt. Das ist einfach totaler Bullshit. Fünf Arten der Liebe. Man muss nicht nur einen lieben. Das ist eine offene Ehe. Ich bin oben rum geschlossen, aber unten rum offen. Also ich finde die Vorstellung schön, aber das hat irgendwie jetzt nicht so viel mit unserem Leben zu tun. Manchmal ist Romantik ja auch einfach nur ganz schön viel Show. Ist alles normal mit mir? Alles normal mit mir, Frau Ullmann. Wie lange ist für immer?